Nun gut, ähm, da war aber irgendwas hier. Ist da irgendwie mehr drin in dem Bild? Da war eine Seite auf der Rückseite rangeklebt, ne? Was haben wir denn? Josie, wenn du das liest, muss irgendwas passiert sein mit mir. Glücklicherweise bin ich tot oder ich bin verloren gegangen. Ja, sehr gruselige Maske, das stimmt. Wenn ja, bist du die einzige Person, die eben halt die Forschung, die nachforschen, retten kann. Die Wahrheit ist, dass ich bedroht werde. Es hat angefangen, als ich das College verlassen habe. Ich habe Nachrichten alle Monate mal bekommen von jemandem, der sich selbst Woodcutter nennt. Was er möchte, ist Zugriff auf unsere Forschung. Er möchte, dass ich unsere Pläne bezüglich des Luna-Traumapparates aushändige. Josie, mein Leben ist in Gefahr. Woodcutter weiß Dinge, Geheimnisse oder geheime Dinge über meine Vergangenheit, die niemand anderes eigentlich wissen kann. Es ist also nicht eine einfache Erpressung, oder letztendlich ist es zwar eine einfache Erpressung, aber die Bedrohungen haben zugenommen und eskaliert. Ich bin mir sicher, dass ich beobachtet werde in meinem Haus. Manchmal höre ich Dinge auf der anderen Seite der Wand. Gestern, mit der Maske aufgesetzt, dachte ich, ich sehe jemanden, der nach mir greift. Es ist eine Warnung meines Unterbewusstseins. Ich bin nicht länger sicher hier. Ich habe unsere Forschung im Safe oben verschlossen. Ich möchte, dass du sie nimmst und damit gehst. Zerstöre alles, bevor du gehst. Brenne das Haus nieder, wenn du es musst. Aber hol einfach die Forschung und verschwinde. Gehe in eine große Stadt, wo es einfach ist, dich zu verstecken. Ich zähle auf dich. Lass unser Werk nicht in ihre Hände fallen, Harris. Okay. Harris Bullar wurde bedroht von Woodcutter. Woodcutter ist also der primäre Fahrtverdächtige. Josie Herrer, das ist die Sekretärin, beziehungsweise nicht Sekretärin, das ist die Forschungshilfe, wurde im Teil angewiesen durch Bullard, die Forschungsergebnisse zu zerstören und Split zu teilen. Wie auch immer. Ich wusste, dass da mehr war bei dieser Story. Was auch immer, oder in was auch immer Bullard hineingezogen war oder worin er steckte, ich wette, dafür gibt es Beweise. In diesem Safe. Okay. Wir haben Crime Scene besucht. Wer ist Woodcutter? Und wir sollen den Safe oben öffnen. Na toll. Darf ich mich jetzt hier ungestört umdrehen, ohne dass ich jetzt hier überfallen werde? Scheint so. Ja, mein Bauchgefühl war richtig. Bullars Tod ist definitiv sehr kurios, also jedenfalls nicht normal. Ich sollte erst mal anhalten und meine Notizen reviewen. Ach nü, komm nicht noch ein Test Harris Bullards Body Was found by Cynthia Peckham Bobby Sawyer, Josie Harrer Es war er hier Das war der Laufbursche Genau, das ist es So weiter Bobby ist eben halt Als Laufbursche unterwegs gewesen für Bullard Könnte er der Mörder sein Er hätte zumindest die Möglichkeit dazu gehabt So, Bullard was scared He worried about losing his secret research His money, his friends, his home Natürlich seine geheime Nachforschung Darüber war er sehr besorgt, dass er die verliert Genau Erpressung Ich wusste, dass da eben halt irgendwas Vor sich geht Jemand wollte Bullards Forschung haben Und er muss ihn dafür getötet haben So, Bullard was being blackmailed by The Snow Woman The Woodcutter Genau Woodcutter Was bedeutet Oder Was soll das bedeuten This is a kind of juicy detail I came here to find Das ist eines der Der schlüpfrigen Details Weswegen ich hierher gekommen bin Und Das war's Okay Um ihm die Story zu verkaufen Brauche ich noch einige Real existierende Beweise Wir sollten ihm jetzt nach oben gehen Das tun wir mal Bitte nichts Okay, danke Ich befürchte nach oben Heißt hier Da hat's Klong gemacht Nochmal Klong gemacht Da macht's immer Klong Links oder rechts? Ähm Links Wahrscheinlich falsch Da ist nichts von Interesse Okay Ich erschrecke mich immer mit dem Mit dem Gipsarm hier Was haben wir hier Hero says Helicopter may win Vietnam Das ist ein normaler Spruch Ein Held sagt Dass Helicopter Möglicherweise den Vietnamkrieg Äh Gewinnen werden Hm Okay Ich glaube nicht großartig von Interesse Dieser Stuhl Beziehungsweise Sessel Sieht sehr Komfortabel aus Ähm Aber ich habe jetzt keine Zeit Mich auszuruhen Hey Kreme Okay Dieses Fenster ist zu Sehr gut Da fehlt ein Teil Da fehlt ein Teil Ja Da fehlt ein Teil Guck mal Da ist ein Handabdruck Es könnte sagen Reporter auf meiner desk Aber ich spend die meisten meiner Zeit bei der Standard machen coffee für mein Editor Ich bin Tired von Schreiben die Gossip Kolumn Diese Geschichte ist meine Schreie bei den großen Leagues Wenn ich prove dass Bullard wurde murdered All die großen Papers werden kommen zu Ich endlich zu der Backwater Land Das ist es Die Chance ich habe waiting Okay Den Kontext der erschließt sich mir gerade nicht Da ist schon wieder ein Papierstück Was haben wir hier noch Eine Lampe Mutter hat sowas zu Hause So Ich habe dich gesehen Zettel Bleib hier Was haben wir denn da Liebes Tagebuch Heute ist Anniversary Es ist jetzt fünf Jahre her dass ich Dads Namen auf einem alten Forschungspapier at the U of C gefunden habe Er hat es 1933 geschrieben acht Jahre bevor ich geboren wurde Ich wusste nicht dass er aufs College gegangen ist Ich habe niemals über sein Leben nachgedacht Er war einfach nur ein Name auf meiner Geburtsurkunde Dad hatte Mutter nach dem Krieg verlassen Er ist gegangen um zu kämpfen und kam niemals zurück Als Mutter nicht mehr geschrieben hatte dachte sie er wurde umgebracht beziehungsweise getötet im Krieg Ich erinnere mich daran wie sie am Küchentisch weinte Der Krieg endete das Leben ging weiter Mutter starb ohne herauszufinden was mit ihm passiert ist Ich hatte begonnen ihn zu hassen Ich hasste die Idee oder den Gedanken an ihm Ich hasste meine Mutter auch ein bisschen Ich vermutete dass er ein Arschloch war der Mutter zurück gelassen hatte weil er eigentlich gar kein Kind haben wollte Aber als ich seinen Namen oft in der Bibliothek fand hatte sich etwas verändert Ich konnte nicht aufhören an ihn zu denken Dummköpfe oder dummköpfige Väter studieren doch keine Physik oder Was macht er jetzt aktuell Wie sieht er aus Ist er gegebenenfalls mit jemand anderes verheiratet Ich habe ihn hier bis nach Kansas verfolgen können aber ihn zu finden mehr Zeit in Anspruch als ich erwartet hatte Okay Josie Herrera came to Kansas to look for her Vater Vielleicht ist das ja ihr Vater gewesen für den sie Aushilfe gemacht hat Das ist Josie Herrera Ruhm Ich hätte ja gerne Kann ich da nicht Ich kann nur hier hin Noch einen Brief Ich gucke mal hier oben Okay Ich habe was gefunden Bobby hier ist das letzte Kapitel was alles zusammen hier ist das letzte Kapitel komplett zusammen geschrieben Ich denke dass die Story sehr interessant ist und ich bin mir sicher dass es veröffentlicht werden wird Ich hoffe es stört dich nicht aber ich habe einige Änderungen und Einfügungen ein paar klitzekleine Details hier und dort vorgenommen Ich freue mich darauf dein nächstes Kapitel zu lesen The Crystal Cave by Bobby Sawyer Okay sie hat für den Laufburschen hat sie die Sachen zusammengetippt The man had been dead for hours when they found him He had crawled halfway up Sarah Johnson's porch steps before coming to rest just outside the door His feet dangling off the edge like Spaghetti Das ist aber sehr detailreich was der hier beschreibt und das ist mit Sicherheit nicht beschrieben nach dem Tod sondern vorher Okay Spire und Fiction also okay er deckt sich Dinge aus und schreibt die auf und sie hat Bobby mit seinen Schreibarbeiten geholfen das ist löblich aber haben wir hier nicht oder darf ich in den Spiegel gucken ohne wieder erschreckt zu wehren ah press x or tap to equip goggles danke für bitte 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 nicht was tut der da kann ich vielleicht irgendwas mit den goggles halb aber ich glaube hier fehlt ein teil ich muss woanders gucken gehen wir mal rüber hier ich habe aber Angst wenn die Tür aufgeht dass da irgendwas dahinter steht ist ein kleines Haus irgendwie oder also für ein Estate ist das ganz schön lütt was haben wir denn hier ok der ofen ist hier voll mit brennholz was ist das da hinten in der ecke ein aurin it's a plate with a circular die ok das wird wahrscheinlich für den für den dings sein ich da ist wieder ein handabdruck mache ich gleich ach ich kann das ding gar nicht benutzen hier ach so das ist noch hier aktiv ok das ist der öffnungsmechanismus sehen wir hier irgendwas nö sehr gut das ist gut aber hier haben wir eine Hand ach das sind jetzt die die background hinweise warum wir eigentlich hier hingegangen sind und gedacht haben dass das hier doch ganz schön fishy und suspicious ist ok gut zu wissen oder muss es genossen haben hier vor dem feuer zu sitzen nur möglicherweise da hinten ist das safe da werden wir aber direkt nicht rankommen ich kann also die goggles ich will nicht gucken ok zum glück sitzt keiner es geht nur am spiegel hier sind einige stücke von einem ähm zerrissen foto ja interessantes spiel definitiv ich hoffe es ist nicht so so ultimativ also sprich dass irgendwo mal eine stelle kommt dass man stirbt und wieder von vorne anfangen muss weil die spiele mag ich nicht so das kann ich aber nicht sagen so das sind jetzt so einfache sachen wir machen jetzt hier ein sehr einfaches fotopuzzle wieder zusammen ist ein altes foto von zwei männern auf einem schiff james lorry und harris bullar okay war im krieg okay alles was hier in den schubfächern war ist schon längst zusammen gepackt ich komme ganz nah der wahrheit ran ich werde diese nachricht richtig groß veröffentlichen so was haben wir hier drüben hier liegt noch ein notizzettel harris bullar ich bin woodcutter ich kenne dein geheimnis james lorry sendet seine grüße dieser woodcutter charakter ist mein primäres äh na äh täter mein primärer täter ähm ich wette dass seine erpressungsversuche oder sein erpressungsschema ähm went south was heißt das sowas charakteristisches sprachlich charakteristisches äh killed bullard okay achso dass es äh über die stränge geschlagen ist wahrscheinlich oh warte mal da liegt auch noch was oh und da zwei zackert ja auch dieser raum ist wie ein ein grab ne die luft ist so stickig dass ich kaum atmen kann okay habula daily log das ist wieder tagebuch ne wir durchgeführt zuerst wussten wir nicht wie wir die resultate interpretieren sollen aber ich glaube jetzt dass sie ähm äh dass es eben halt besser lief als wir äh angenommen hatten anstelle eines ungefilterten stroms von sensor information haben wir äh äh ja unterbewusste erinnerungen gesehen die linsen stören den empfang des äh visual stimuli that the viewer has some knowledge of they see what my conscious mind cannot okay kann ich jetzt auf die schnelle nicht übersetzen Josie proposed that what we are really doing is mining dreams dreams are after all a form of ideofocus a time when the subconscious comes forward and shows us truths that we might not otherwise recognize what we are striving for is unrestricted access to dream thought okay sie gehen davon aus dass das was sie dort sehen oder sonstiges sind letztendlich so was wie ein anzapfen der träume ist as a control mnemonic the mask works pretty well i could tell that Josie was dubious at first but now she understands subconscious thought is potentially dangerous to the subject we will need a physical object to enable the mind to compartmentalize providing the viewer with some degree of cognitive protection okay also diese Sachen zu sehen ist höchst gefährlich zum Subjekt also der die trägt und dass man etwas braucht um sich kognitiv zu schützen a permanent augmentation will require a much larger apparatus we will need some other kind of focus mnemonic to help the brain control the deluge of dream information it will receive something large and ubiquitous the moon perhaps keine Ahnung the lens is in this weird mask dream thought the moon muss ich einen Mond angucken aber ist noch nicht Nacht ne auf alle Fälle scheint der Mond sowas ähnliches wie ein Schutz zu sein um aus diesen Traum Deutung oder das was das Unterbewusste feststellt wieder raus zu kommen hier ist der safe aber er ist verschlossen okay ich glaube der ist in der Kiste bei ihr die Frage ist bloß werde ich es überleben hi also bis jetzt ist es relativ entspannt hoffe ich mal aber ich glaube nicht dass es so bleibt so dann werden wir mal den Griff beziehungsweise das Drehrad oder was auch immer das ist hier jetzt hier an bringen ach okay na das ist zumindest hier ein bisschen einfach weil die nicht untereinander die gegenseitig wegdrehen ich habe hier einen Griff ein kleiner hölzerner Knopf von irgendeiner Schublade oder so würde ich jetzt behaupten hier ist noch ein Brief liebes Tagebuch heute haben Dr. Bullard und ich ein Chassis für unser neues Wettergerät gebaut es ist seltsam wie auch also wie immer ich verstehe immer noch nicht warum wir es bauen aber Dr. Bullard erklärt eben halt nichts heute muss ich einige Flaschen kaufen for the base wahrscheinlich für das Wetter device heute hat Mama Geburtstag gehabt sie wäre jetzt 54 ich wette sie würde es lieben was ich derzeit tue ich hoffe sie stolz irgendwo also sie ist stolz auf mich egal wo sie gerade ist ich hatte wieder Albträume letzte Nacht es ist jetzt schon ein Jahr her dass ich das letzte Mal hatte aber sie verändern sich eben halt nicht ich habe darüber schon mehrfach geschrieben aber das schreiben scheint zu helfen deswegen erzähle ich es hier nochmal ich bin fünf Jahre alt und in unserem Zimmer in Chicago es ist dunkel ich bin aus dem Bett aufgestanden um Wasser zu holen aber ich höre etwas was aus Mamas Raum kommt ich linse hinein und sehe einen großen Mann der über ihr steht er hat seine Hände um ihren Hals er atmet schwer und in der kalten Nacht und in der kalten Nachtluft kann ich seinen Atem sehen es strömt aus seinem Mund wie Rauch und scheint sie zu bedecken oder zu verstecken es kommt kein Atem von Mama sie ist schon tot aber er hört nicht auf sie weiter zu drücken zu quetschen am Hals als ich ein Kind war dachte ich der Traum würde irgendwann weg gehen wenn ich groß werde aber er ist nicht verschwunden wenn ich erwachsen werde so hat wiederkehrende Träume über den Tod der ist sie ermordet worden ratten verdammt die safe kombination ist nicht hier ich bin sicher dass ich ein Schubfach ohne einen Knopf gesehen habe und natürlich unten müssen wir wieder unten runter was haben wir noch drin ok jetzt bloß Zeugs drin ich muss runter